Schau mal, Felix, wir kommen schon dem Fernsehturm sehr, sehr nahe. George W. Böhm war heute mal wieder mehr als pünktlich, überpünktlich. Unter dem Motto, gute Freunde kann man niemals trennen. Also, geben Sie bitte den Gedanken ein bisschen Gas. Vielen Dank. Und ja, Felix, die Videos siehst du dann unter garakamp.tv beziehungsweise bei YouTube unter galakamp.tv zusammengeschrieben. Und zwar sind das Box-Szenen, Box-Sport-Szenen von Weltklasse-Boxern im K1-Club im Gelände vom Fernsehturm zu Nürnberg, also Hansastraße in Nürnberg. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen und natürlich den Partnern herzlichen Dank, Saturn Nürnberg und Panasonic und dem hier. Der braucht jetzt wieder ein bisschen Power, Power, Power. Und das war Werbung in eigener Sache. Unter dem Motto, auch natürlich ein Dankeschön an Fernando Mazzano, den internationalen Box-Trainer aus Italien. Freunde, gute Freunde, sehr gute Freunde kann man niemals trennen.